Hallihallo, hier ist man wieder mit Kurazoo. Mensch, versuch der Nummer 3, glaub ich war das jetzt. Ja, ich dachte, ich starte mal die Aufnahme, was war? Ja, Ton nicht aufgenommen, okay. Nimmst du schnell Ton auf, ja, vergessen dann auf Aufnehmen zu drücken. Sag mal, bin ich heute? Ach, das ist nicht mein Abendanscheinend. Wie dem auch sei, wir haben die 57.000 Abos geknackt, ist mir mal so nebenbei aufgefallen. Fand ich eigentlich mal so jetzt ziemlich cool, so an sich. Hoffe natürlich, das war das jetzt weiter schaffen, vielleicht schaffen wir doch die Millionen, also mit Glück, ja. Bevor das Spiel völlig ausgelutscht von uns ist. Es gibt, wie gesagt, noch ein paar Sachen, die ich gerne versuchen würde, zeigen würde. Ähm, ja, ich glaube, ganz zum Schluss, äh, Monatsmitte alles. Wir sind über 5.000, also haben wir Plus gemacht. Sehr schön. Und jetzt sind wir gemeint, wir haben ja einiges in Klamotten gelassen. Jetzt habe ich gar nicht nachgeschaut, wie viel es war. Äh, es war aber einiges. Ähm, vielleicht doch mehr Plus, als ich dachte. Wenn jetzt meine Mitbewohnerin oder Mitarbeiterin oder Mitkollegin oder wie auch immer jetzt nicht das Zicken anfängt, wie damals Nuelle, ähm, könnte das echt was werden. Ich bin guter Dinge, Leute, ich bin guter Dinge. So, ähm, ja, zum Schluss, wenn ich keine Lust mache, werde ich wahrscheinlich ein Crush-Video machen, wo ich einfach mein Geld ausgebe und keine Videos mehr mache. Und, ja, letzte Folge werde ich einfach, äh, meinen Kanal schließen, einen neuen Kanal gründen, um dort alles rüberzunehmen, um den zu löschen, weil doch mal der Kanal besser war, den wieder zu reaktivieren. Nein, nein, warte, das war was anderes. Ach, Mensch, ähm, ach, gehen wir aus dem Bild, Mädel. Ich glaub's ja wohl. Oder wollten wir jetzt einen Thumbnail machen, hä? Bisschen ein Clickbait, hä? Nein? Okay. Ich bin da eh nicht gut dran an Clickbait, ich hab dafür einfach zu kleine Titten. Badam, tsss. Dieser Humor, der ist wieder ganz unten im Niveau, hä? Ach, was will man von mir auch erwarten. So, Abo ganz unten im Humor. Nein, Moment, das ist echt dumme Überleitung, so wollte ich es jetzt nicht sagen, fällt mir mal so im Nachhinein auf. Ich habe vor kurzem einen neuen YouTuber, ähm, das heißt, er ist neu, er ist schon lange dabei. Aber ich hab ihn vor kurzem erst entdeckt, für mich ist das sozusagen neu, ähm, wo ich sagen muss, warum hat der so gar nicht Abos? Da hab ich echt mir gefragt, warum hat der so gar nicht Abos? Dass er wirklich Spielfilme macht, also wirklich Filme, die mehrere Stunden geht, was schon für einen YouTuber beeindruckend ist. Aber ansonsten sag ich mal da jetzt nichts, ähm, wo ich sagen würde, er hat jetzt was revolutioniert oder so. Aber, ich weiß nicht, er hat eine Art von Humor. Er hat noch das klassische YouTube-Humor, er hat teilweise ein bisschen eigenen Humor. Er hat, ähm, ja, er trifft wirklich einen guten Nerv bei mir, also das... Ich werde wahrscheinlich seinen Kanal vielleicht, äh, mal erwähnen. Ähm, ich weiß immer nicht wie es so mit Werbung ist, besonders wenn man so ein kleiner YouTuber ist, ist das so ein bisschen komisch, finde ich. Weil es wirkt ihm immer so, wer sagt das ja nur damit, ne, 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 ne. Ne, äh, ich hab wirklich vor kurzem gefunden. Ich hab ihn ja auch Kronk, ich hab auch Kronk, das wisst ihr, ne, muss ich eigentlich nichts groß, äh, zu sagen. Aber SEO ist der Kanal, den ich eigentlich, äh, meine jetzt. Und, ja, wie gesagt, ich, ich bin begeistert von dem Kerl. Er ist aus Bayern und, äh, nutzt das auch so ein bisschen. Ähm, man kann ihn aber trotzdem verstehen. Also, wer jetzt denkt, oh Gott, jemand aus Bayern, man kann ihn nicht verstehen, den kann ich beruhigen. Man versteht ihn sehr, sehr gut. Ähm, es ist, ja, viel, viel Comedy, auch viel, äh, Commentary. Er hat wohl aber auch einen, äh, Gaming-Channel, hab ich gesehen. Den hab ich mir noch nicht angesehen, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich hab bloß irgendwo nebenbei mal so eine Endcard gesehen hier und ich hab auch Gaming-Channel. Ähm. Ja, also, wer so ein bisschen klassische YouTube-Comedy mag, sollte auf jeden Fall mal reinschauen. Ich find ihn sehr unterhaltsam, also reinschauen lohnt sich. Ähm, das ist ja auch nicht so, dass es was kosten würde. So, Tanz der Begrüßung hier. Ähm. Also, mein Nerv trifft er auf jeden Fall. Ich kann SEO empfehlen. Ähm. Ich glaub, Verlinkung mach ich jetzt mal nicht. Ihr könnt's ja einfach mal YouTuben. Der dürfte ja zu finden sein, so schwer ist der Name nicht. So, ähm, aber zurück zu mir und meinem Let's Pay, würde ich sagen. Ähm. Wobei, ich mach grad ein Let's Play am Let's Play. Welches Let's Play meine ich dann? Oh Gott. Das ist ja, uh. Okay, bevor mir den Kopf hier meint, zu explodieren zu müssen. Klup. So, ähm. Ja, das war wütend. Ich mag Ladebildschirme nicht. Ja, besonders mit meiner alten Möhre nicht, wenn das wirklich mal ewig dauert. Ich weiß nicht mehr, welches Spiel das war. Ich hatte eh ohnehin übelste Ladezeiten. Und bei so einem laden Rechner, das ist jetzt nicht mehr mein Laptop, das war jetzt noch ein Laptop, glaub ich, ne, zwei Laptops davor, glaub ich sogar. Das war, das war echt, oh Gott, das Ding war so traurig, einfach nur. Ähm. Aber da denn Spiele zu spielen, die eh schon übelste Ladezeiten haben, äh, das war grauenvoll. Es war aber nur so ein Spiel, wo du zum Anfang halt Ladezeit hast. Von daher war das okay, weil das ist ja zum Anfang, aber es war wirklich so, ich konnte das Spiel anmachen, nochmal kurz in die Küche gehen, mir was zu essen machen, äh, nochmal mit dem Hund Gassi gehen, dann, ähm, nochmal überlegen, ach, machst du jetzt nochmal schnell deine Hausaufgaben? Ja, so ein 1000-Wort-Aufsatz mal eben, ach, ist kein Problem, schaffst du in der Zeit, ne? Und dann war das Spiel geladen. Hm. Hm. Ja, also das war dann schon, äh, weniger cool. So, ach, lahm. So. Ich weiß immer nicht, wann ich so sagen soll, dass wir mal wieder ein Video machen. Das trau ich mich jetzt nicht mehr, weil wir es damals mit Noel so behauen haben. Hm. Ich weiß nicht, ich weiß nicht, ich weiß nicht. Man könnte ja so Rechnung machen. Ich mach zwei Videos, in der Zeit macht sie ein Video. Aber ich, da ich ziemlich schnell und viele Videos mache, glaube ich, ist das zu viel. Mensch, dürft nicht, Mensch. Videoaufnahme. Na, komm. Versuchen wir es einfach mal. Mehr als verkacken können wir nicht würdig mähen. Von daher, let's go. So, in der Zeit kann ich meinen Kurs fortsetzen. So, ähm, ja. Ja, ich habe ja jetzt die Folge schon erwähnt, dass ich YouTube Live so ein bisschen ausgelutscht finde. Vielleicht kommen ja irgendwann große Updates, wo ich sage, hey, das müssen wir uns nochmal anschauen. Aber bis jetzt ist es einfach so, es ist cool, es ist unterhaltsam für eine Weile. Es ist aber nichts, nichts Brandbrechendes irgendwann. Irgendwann ist es hier einfach so eine Routine, in die du einfach reinfinden musst. Dann machst du halt deinen Profit, machst du deine Klicks, machst du deine Abonnenten und dann ist es gut. Du kannst natürlich jetzt noch, ähm, die Netzwerk und sowas alles gucken, dass du da weiter kommst, aber, ähm, ja, oder an diesen Ranking halt hoch kommst. Aber das ist jetzt nichts, wo ich sage, ja, uh, 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 ich bin ja so weit um. Das ist mir nicht mehr aufgefallen. Okay. Warum verstehe ich jetzt nicht? Warte, ich habe 22 Millionen Klicks. Ah, das geht nach, 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 nach. Ist das Abonnenten? Ja, das ist mein Abonnentenzoll, dann geht's nach Abonnenten, okay. So, äh, Netzwerke. Minimum 500.000. Ja, ich kenne schon ein ganz anderer Netzwerk, warum bin ich in so einem niedrigen Netzwerk? Ähm, hatte ich damals noch nicht die Abonnenten, dass ich dahinter hingeguckt habe? Äh, 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 ich bin verwirrt, egal. Was ist das für ein Business Club? Oh, VIP, was ist das? Ich bin der Zugang zu wichtigen Events. Okay. Er wird noch ein Hundertsein gebraucht, um Aufträge zu stellen. Okay. Das finde ich jetzt schon ein bisschen interessant. Monatliche Ziele, aber das ist doch so heftige Ziele, ne? Komm. Uh. Entwickler, hier ist noch was Englisch. Attention, Attention. Okay. Macht er jetzt? Macht er jetzt nicht? Ich bin jetzt verwirrt. Bin ich im neuen Netzwerk? Dein Netzwerk. Maximal, ja. Oh. Oh. Hm. Monatliche Ziele. Das ist jetzt natürlich... Warte mal. Ich habe dafür ungefähr 1.000. 2 Dollar. Verstoß, klingt das? Die VIP-Karte. So, wo ich nicht gewinne. Monatliche Ziele. 10.000 neue Abonnenten. Und zwar... Hm. 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 Hm, 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 hm. Okay. Lassen wir es erst mal so stehen. So, ich würde ja mal sagen, bei Skimming-Video, ich mache das Spiel jetzt auch, weil ich bin ja eh zuerst an der Konsole, dann kann ich direkt das danach raushauen. Das wäre doch eigentlich ganz klar, glaube ich. Dann macht sie direkt danach, direkt ich. Belegt. Ah, schade. Klappt so nicht. Ich könnte natürlich jetzt einen anderen Arbeitsplatz wechseln, aber das lassen wir. Weil, äh, schlecht. Den muss ich echt nur ausbauen. Ich könnte jetzt sagen, ich habe das Geld dafür nicht, aber das wäre, glaube ich, auch nicht so ganz der Wahrheit entsprechend. So. Dann warten wir halt noch ein bisschen. So, Abby ist fertig. Ergebnis bitte. Ja, ist natürlich jetzt nichts Bahnbrechenes. Ist schon okay, ist schon okay. Ich habe jetzt nichts Bahnbrechenes erwartet. Zack, machen wir direkt eins danach. Müsste aber klappen jetzt. Wingen hochladen, weil wir ja in der Konsole spielen. Hier sind das klappt. Genau. Nun, das bearbeiten wir nach hinten. Okay. Okay. Das würde man doch jetzt hinkriegen. In der Zeit. Ähm. Zack. Mal diese Ladebildschirme. Ja, das war warte mal mit meiner Altenricht echt schlimm. Also. Jetzt, warte mal, jetzt muss ich mir liegen. Doch, ja. Der. Nicht hier vor, sondern davor. Ich habe irgendwie in der Nivekte nur Laptops gehabt. Warum eigentlich? Warum habe ich nicht mehr Stund-PCs gehabt? Ich weiß das gar nicht mehr. Müsste ich jetzt echt lügen? War wohl eine Macke von mir. Hm. Ne, ich weiß jetzt wirklich nicht, warum das so dann gekommen ist. Also eins weiß ich, äh, den jetzt hatte ich, also in der Pätswolle ich unbedingt, weil ich ja dann mal zu studieren angefangen habe, nebenbei gearbeitet habe, nebenbei Uni leben und, und, und. Ich brauchte also was Mobiles. Das war einfach, äh, der Kunde, der mich dann sagte, es muss ein Laptop sein, aber davor? Warum davor? Abitur? Wollte ich, ich glaube, für mein Abitur wollte ich auch unbedingt ein Laptop haben. Ich glaube, das auch. Ah, sind wir gerade wieder gelevelt. Mensch. Sehr schön. Wow, wir haben 800. Wow, das geht gerade aber ganz schön zackt mit den Abus. Da bin ich gerade ganz schön überrascht. Und schwimme mal. Da freut sich sogar das Mädel im Hintergrund. So, da mal schön viel drauf. Zack. Ähm, du, du. Du, äh, du. Dann war ich das schon. Ja, ja, Inhalt. Oh, Inhalt-Rekord. Wir machen wieder Rekorde. Sehr schön, so. So, gelevelt, ja. So, was kann man da machen? Reviews. Hm. Das ist... Ähm, warum so... Ja, komm. Irgendwas war doch da hinten. Speed One. Naja, okay. Auch nichts so Besonderes. So, was haben wir Neues in diesem Level? Ein bisschen neue Klamotte. Nein, ein bisschen neue Möbel. Stimmt, Möbel haben wir auch noch nie wirklich gemacht, ne? Fühlt mir mal so auf. Ja, aber ich glaube, das ist jetzt ein typischer Kerl, oder? So Deko und so? Hm. Ja, das ist bei mir nicht so besonders. Ich glaube, ich habe hier drei, vier Popfiguren auf der Fensterbank und ich glaube, das war schon, was ich in Deko habe. Immerhin. Das ist wahrscheinlich mehr als manch ein anderer. Ne? So. Kommentare. Das sind, glaube ich, auch immer noch, ne? Für ein cooles Video. Ja, das ist immer noch so ziemlich das, was... Ja, von Anfang an schon dasteht. Hm. Tschau dir. So. Idealarmast doch. Können wir eigentlich auch mal reinschauen jetzt. Also vorher hatten wir ja schon Shopping-Queen, sagen, von Klamotten. Vigilator, Vicka, Läuferfigur. Hm. Pins, Turntables, Skateboard. Hellenfigur. Gut, ich kaufe mal ein großes CD-Regal. Hm. Kleines Haus. Stereo-Lager auf jeden Fall. Mensch. Und mein Recher geht mal wieder kaputt. Ich glaube es ja, ey. Sparschwein? Nein. Oh, ein Creeper. Oh, Kraken. Sieht nämlich die Kraken aus, aus so'n Handy-Game. Die sehen da auch so aus. Voll süß. Dann muss man mal klicken, dann kriegt man Farbe. Braucht man entweder für seltene Gegenstände oder, ähm, quasi gut verkaufen, die Farbe. Ja, dem welche. Gibt's wohl seltener und nicht so seltener. Jetzt frage ich mich... Packt das jetzt einfach irgendwo hin? Hm? Wo ist jetzt hingeflutscht? Ah, da auf dem Schrank ist es hingeflutscht. Ja, der sucht sich selber seinen Platz. Oh, schade. Das finde ich jetzt schade. Was ist hinten irgendwo hin? Muss ich gucken, wo das hinfliegt? Ähm, finde ich jetzt schade. Ist das so ein bisschen, äh... feste, vorgeschriebenes Ort, den man in der Wohnung hat? Das ist schade. Man hätte wie sagen können, nee, die sind austauschbar oder so, weil das ist ja in etwa das Gleiche. Das wäre cool gewesen. Das ist schade. Na ja, gut. Ist nochmal jetzt so. Nee, aber wissen wir auch, wie das funktioniert. So, haben wir das auch mal gesehen. Man kann Deko sich holen. Jetzt ruhig... Das sah jetzt spooky aus. Tanzende Begrüßung wie immer. So, haben wir auch gleich mal was zum Lachen. Ho, 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 ho. So, gleich noch mehr zum Lachen. Das ist auch schön. Ja, da freut er sich. So, jetzt ärgern wir uns aber wieder ein bisschen. Ja, die Zeit bevor ich spielstelle ist immer so ärgerlich. Zeit momentan mit Fallout. Ich weiß nicht, in den Folgen, glaube ich, auf wen ich sehe es mal, dass er in den letzten Folgen ständig ein Absturz ist. Das regt mich so auf. Weil ich dagegen echt nichts machen kann. Es kommt an unterschiedlichen Stellen, durch unterschiedliche Ursachen. Und das kommt schlagartig. Und dann ist wirklich alles, alles hinüber. Das heißt, ich kann das Spielstützen nicht ab im Sinne von der Suspense oder so, sondern es friert komplett ein. Ich kann weder mit Taskmanager noch mit sonst was für Mitteln das Ding schließen. Das ist einfach da. Ich muss mal rechnen, echt neu starten. Und das Problem ist, wenn ich vorher nicht es irgendwie schaffe, mein Soundfile zu sichern, ist es weg. Oder ist es so korrupt, dass es grauenvoll klingt und ich es nicht verwenden kann. Also es regt mich jedes Mal auf in letzter Zeit. Also deswegen bin ich momentan auch in Überlegen, ob ich wirklich Fallout 3 weitermache. weil das geht einfach nicht. Das ist... Boah. Das ist halt auch momentan so eine Sache. Aber dann habe ich ja fast gar nichts mehr, was ich jetzt playe, wenn ich das auch noch rausnehme. Und das ja momentan soll ja eh weltweichen. Also das ist schon ungünstig. Deswegen werde ich wahrscheinlich schon noch Fallout versuchen zu bringen zu bekommen. Vielleicht ist es mal wieder nur so eine Klinigkeit irgendwo. Fallout ist irgendwie mein Sorgenkind. Gut, es ist ein altes Spiel, aber eigentlich, was dienen möchte man noch meinen, ne, dass da ein Patch irgendwo hinter ist, der da ein bisschen nö dafür sorgt, dass es funktioniert. Aber irgendwie willst du das nicht zu ganz. Ah ja. So. Ich habe gerade richtig gut Kohle. Mensch, das läuft ja. Ja gut, jetzt habe ich ein bisschen mehr ausgehoben, weil sie halt mehr wert ist, aber Mensch, Mensch. So. Aber wir gehen dann nochmal, komm, wir gehen jetzt nochmal einkaufen. Ich finde es mit dem Spiel momentan so wenig. Könnte daran liegen, dass wir einfach die falschen Konsolen auch so ein bisschen haben. Konsoles. Zwei mal die neuesten holen. Genau. Dich. Dich. Ah, die Händels nicht. Ich bin zwar persönlich schon ein kleiner Händels-Fan, ich hatte auch einige, aber so viele Aufnahmen finde ich es echt nicht so das Beste. Ich weiß auch nicht. Sick. Dann holen wir uns auch gleich mal neue Spiele. Ja, übrigens was Neues da ist. Es ist immerhin kurz vor Weihnachten. Da müssen wir mal ein paar Spiele jetzt hier, ne? Ersetzen. Ja, super. Ja, so wie du mir ich habe ganz viel Geld. So schnell ist es wieder weg. So, 15. Dezember. Was kam vor kurzem raus? Du kamst. Ne, November. Egal. Wie ist denn ein Spiel hier? Neu. So. Warum kann ich diese Bewerbung nicht machen? Steck. Hm. Müsste ich mir auch nochmal anschauen mit dem Bewerben, aber das mache ich eh so gut wie nie. Warum? Weil ich den Mehrwert noch nicht kenne. Was ist das jetzt? Warum bin ich hier drinne? Alles Gaming-Video. War das jetzt ein Bug oder habe ich was Falsches geklickt? Da bin ich gerade etwas... Ah, Wokthrough. Wir können ja jetzt ein Wokthrough machen. Stimmt ja. Konfiguriert das Gerät. Achso, weil ich Wokthrough noch nie gemacht habe, muss ich wieder konfigurieren. Ähm, Full-HD, Pop-Shot, ne, 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 Mono-Ausgabe. Vorsetzen. Ja. So. Zack. Los geht's. Jetzt machen wir hier voll das coole Wokthrough. Also, wenn du im Spiel da so machst, ja, dann musst du den so machen und dann, äh, triggert das und wenn das triggert, musst du da aufpassen, weil, ähm, da wirst du mal ganz schnell wütend, weil, das klappt ja nicht immer, dann musst du nur lernen, ja, und dann lacht man erstmal eine Weile drüber, aber das ist eigentlich nicht gut, ne. Und, ähm, ja, das ist ja auch eine voll-druhe-Stelle, hihihi. Und, ähm, ja, ich soll sie das lieber lassen, weil ich weiß, was ich gerade mache, macht gar keinen Sinn. Aber ich mache es dennoch, weil, mh, mir ist gerade danach, ja. Und, dann kommst du an der Stelle im Spiel, sag mal, verkacke ich hier gerade komplett, oder was ist hier los? Jo, packen wir alle Punkte mal in ein Ding, ja, macht Sinn, oder? Oh, Mann. Ähm, ja, ich verhau gerade wirklich das Video anscheinend. Sehr schön. Muss auch mal sein. Machste gut. Könnt mir mal bitte jemanden auf die Schulter klopfen? Ich mache es gerade, echt, äh, echt, echt, wie fließt Abos? Ja, ich bin doch gerade am Video machen. Bin doch gerade, bin doch gerade dabei. Hm? Ihr seid fröhlich, also, bleibt fröhlich. Stay happy. Happy, happy, happy. So, ähm, wenn nicht, nehmt eure Pillen und gut ist. Ähm, da, und da, und da. So. Und, äh, so. Und let's go. Wow. wo, 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 wo sind die ja voll beliebt, man. Ich müsste mal wieder so ein bisschen soziale Kontakte hier mit Abby machen. Wenn es mir hier niemand vorwirft, ähm, ich würde mich um meine Angestellten nicht kümmern, ne? Also, hier, ich kümmere mich. Ich rede mit denen. Und ich bringe sie zum Lachen, wie ihr seht. Bin ein guter Arbeitgeber. Ja. Ganz guter. Und, äh, ich muss mal sagen, wer verdient, bitteschön, äh, für jede ganze Zeit rumzocken, 1200, äh, ne? Im Monat. Fürs Spielen. Das ist, ne? Also. In der Messe Zeit macht's ja ja was sie will. So oft nimmt sie Videos nicht auf. Apropos, so oft nimmt sie Videos nicht auf, ja? Ähm. Machen wir mal das Video, du machst aber Gameplay. Das wäre auch eine Idee. Der eine macht die Rubrik, der andere macht die Rubrik. Das wäre auch mal eine Idee. So, ist denn da? Aufgabe abgeschlossen. Was ist denn da? Schritt für Schritt? Ah, mach dein erstes Workflow. Stimmt, 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 stimmt. Ich frage, du antwortest. Äh, ach, Interview. Interview können wir doch gar nicht machen. Äh, also, die macht schon Video anscheinend. Okay. Dann will ich nichts gesagt haben. So, fuddern wir eben mal noch was. Och, Doc. Mhm, mhm, mhm. So, an der Stelle würde ich sagen, machen wir auch einen Aufnahmestopp. Ja, ich würde sagen, eine Folge machen wir noch. Wird das schon die Crash-Folge? Ich weiß es nicht. Wir schauen mal. Ne, schauen mal, wir schauen mal. Ich hoffe, ich hoffe, ich hoffe, dass erst mal die Folge jetzt hat euch gefallen. Falls ihr, lasst es mich wissen, falls ihr selber noch Ideen habt, was ihr sagt, zeigt euch doch nochmal. Oder könntest du mal darauf eingehen? Oder was ist denn da mit? Das hast du ja noch gar nicht gezeigt. Was ist denn das? Äh, was macht denn der Button da? Oh, das ist die Welt. Okay, dann, 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 nicht drauf drücken. Ne, falls euch Ideen bei euch im Kopf schlummern, lasst eure Finger mit der Tastatur geleiten uns in den Kommentarbereich am besten schreiben, weil dann, weiß ich die, weil sonst weiß ich die ja nicht, wenn sie mal am Kopf sind, außer, ich würde zu euch kommen mit einer Axt und, okay, das lassen wir. Ähm, so Leute, wir sehen uns in der nächsten Folge, bis dahin, tschüss. Und damit herzlich willkommen zu NKDR. In der Folge haben wir, glaube ich, einfach nur ein bisschen Cash gemacht, YouTube Money, und, ähm, ja, haben ein bisschen wieder geshoppt. Diesmal Deko, schade, dass man die Deko echt, äh, nicht selber so ein bisschen platzieren kann, sondern dass es so ein fixer Ort ist. Finde ich schade. Wobei ich mich frage, wenn man es wirklich schaffen würde, so erfolgreich zu sein, dass man Level XY ist, also wirklich sehr hohes Level hat, ähm, und halt noch diese Anfangswohnung mit Mama, wo kommt denn die ganze Deko hin? Das müsste ich vielleicht irgendwann mal testen. Das würde mich echt interessieren, wie das dann funktionieren soll. Ähm, ja, das ist halt sehr schade. Aber naja, ich hoffe, euch hat die Folge dennoch gefallen. Falls ja, lasst es mich wissen durch einen Daumen hoch oder durch einen netten Kommentar. Ich würde mich auf jeden Fall freuen. Und, ansonsten, Leute, ich würde sagen, wir sehen uns auf jeden Fall in der nächsten Folge. Ne, falls, ihr habt die letzte noch nicht mal gesehen. Oh, ähm, falls ihr die letzte nicht gesehen habt, solltet, einfach links klicken. Da kommt ihr zur letzten Folge, falls ihr verpasst haben solltet. Und, ähm, falls euch auch andere Sachen interessieren, einmal unten drunter, habe ich unser Let's Eat USA, ja, USA Süßigkeiten verlinkt. Da bin ich und meine Freundin zu sehen, die einfach ein bisschen Süßigkeiten aus USA mal probieren. Noch ein paar Tränke sind dabei. Ähm, ja, wer sowas auch unterhaltsam findet, kann gerne mal reinschauen, würde mich da auch über nette Bewertungen freuen. Ihr kennt mich, ich freue mich über alles, yeah, ein Gummibärchen. Warte, das war jetzt, glaube ich, geklaut. Sorry, Seo. Ähm, ja, was wollte ich eigentlich sagen? Genau, wenn ihr der Meinung seid, hey, der Typ ist ja unterhaltsam. Ich hoffe, ihr seid nicht sadistisch veranlagt. Oder ist das Maso, jetzt bin ich verirrt, Masoistisch oder sadistisch? Masoistisch. Masoistisch ist sich selbst. So, ich hoffe, ihr seid masoistisch nicht veranlagt. Falls doch, drückt ruhig den Abo-Button. Das klingt echt falsch, aber egal. Und ansonsten, Leute, schönen Mittag, Tag, Abend, oder wo man jetzt endlich befindet. Wir sehen uns auf jeden Fall in der nächsten Folge. Zockt, denn das macht Spaß. Das klingt. Vielen Dank.